Achtung, wir sind in fünf Sekunden auf Sendung. Bitte das Bild freimachen. Grüß Gott, liebe Zuschauer. Grüß Gott, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie wieder zu einer neuen Ausgabe von Blödheit ist keine Schande. Ganz besonders freue ich mich, Ihnen heute unseren Champion präsentieren zu dürfen, bei dem wir mit unseren Kameras zu Gast sind. Ich begrüße Herrn Willi Herbstle. Grüß Gott, Herr Herbstle. Für diejenigen unter unseren Zuschauern, die heute zum ersten Mal dabei sind, erkläre ich kurz die Regeln. Ich stelle Herrn Herbstle drei Fragen. Seine Antwort wird von der Jury, mit der ich über Kopflöhrer verbunden bin, bewertet. Je blöder seine Antwort ist, desto mehr Punkte erhält er. Und für Herrn Herbstle geht es heute um die Wurst. Er kämpft um den Titel Blödester Mann Deutschlands. Sein härtester Konkurrent, Herr Fritz Kofferbaum, erzielte 29 Punkte. Und die gilt es nun zu schlagen. Herr Herbstle, sind Sie bereit? Ja, selbstverständlich. Ein bisschen nervös, nicht? Meine Schwiegermutter sagt immer, ich bin viel zu blöd, um nervös zu sein. Na, denn mal toll, toll, toll. So, und hier haben wir schon die erste Frage. Sie schlagen ein Ei auf und es hat drei Dotter. Was tun Sie? Tja, das ist eine etwas knifflige Frage, aber, Herr Herbstle, Ihre Zeit läuft. Ja, 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 jetzt hab ich's nachher. Den ersten Dotter mal ich rot an, den zweiten grün und den dritten lass ich so und nachher verkauf ich's als Verkehrsampel. Eine selten blöde Antwort. Das wird Ihnen Punkte einbringen, Herr Herbstle. Jetzt schauen wir mal, was die Jury dazu zu sagen hat. Hallo, Jury? Zehn Punkte, Herr Herbstle. Zehn Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Meine Schwiegermutter sagt immer, ich bin so blöd, dass es schäpert. Aber es gilt, noch zwei Fragen zu beantworten. Und hier haben wir schon die zweite. Sie schlagen, nein, das war die erste Frage, die hatten wir schon. Sie wollen gehen, doch Ihre Uhr bleibt stehen und Sie merken es nicht. Was tun Sie? Ja, nein, das ist ja ganz unmöglich, weil meine Uhr ist mit Lederbändern am Arm fest und wenn die stehen bleibt, dann merke ich das im Ruck. Mann, was für eine Antwort. Da kräuseln sich einem die Fußnägel. Da wollen wir doch gleich sehen, was die Jury dazu meint. Hallo, Jury, die Werbung? Ja? Zehn Punkte, Herr Herbstle, Sie sind nahe dran. Zehn Punkte. Aber jetzt aufgepasst. Jetzt kommen wir zur Frage Nummer drei. Sie haben die Wahl zwischen einer Orange und einem Rubin. Was wählen Sie? Ja, den Rubin. Und wieso? Na, wenn ich ein Rubin esse, habe ich nachher nicht so klebrige Finger. Das bespricht meinen Kopf, an Kopfrennen zu werden. Mein Gott. Ja, hallo, Jury, wie ist die Wertung? Ach, ja, Sie beraten sich noch ein Augenblick. Es dauert einen Moment. Ach, mein Gott. Zehntausend Mark. Werden Sie sie gewinnen? Gott, die Spannung steigt ins Unerträgliche. Ja, ja, die Wertung. Die Wertung. Die Jury gibt Ihnen zehn Punkte, Herr Herbstle. Zehn Punkte. Zehn Punkte, wird das reichen? Einen Augenblick. Zehn Punkte. Für die erste Frage zehn, macht zehn. Für die zweite Frage zehn, macht zwanzig. Und noch jetzt zehn, macht er 30 Punkte. Herr Herbstle, Sie haben soeben zehntausend Mark gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Herbstle. Ich kann es so gar nicht fassen. Und, wie fühlen Sie sich? Ja, ja, schon nicht übel, ne? Das, das kann ich mir denken. Herr Herbstle, Sie haben den Titel gewonnen. Sie sind blödester Mann Deutschlands. Herbstle, herzlichen Glückwunsch. Ja, dann würden Sie meine Schwiegermutter mal freuen. So, nun kommen Sie ein bisschen zur Kamera, damit man Sie auch sieht. Das, äh, kommt halt mal vor. Herr Herbstle, jetzt drehen wir uns wieder ein bisschen so. Ähm, was die Leute sicher jetzt von Ihnen wissen wollen, ist, äh, was werden Sie denn nun mit dem vielen Geld machen? Geben Sie es vielleicht Ihrer Schwiegermutter. Ich bin doch nicht blöd.